Hallo Leute, willkommen zu meinem Video. So, wir spielen einfach, äh, na, oldest, and a time, man, and wait, man, oh no, wait, wait, man, kill balls, ah, wait, after I go, I see it, man, hot air ball, man, ah, I want to do, man, I want to do other, man, oldest, any time. This was the happy, oh, man, oh, man, the first level, okay, man, I do rope swing, ah, du, man, so, ich hab das Bild hier auch vergrößert diesmal, eh, eh, lol, Roflcopter, ah, so, I don't love, fuck, no, wait, man, I want to do this. Kann sein, dass es die Standardlevels sind, bleh, ja, ups, 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 okay, äh, wir machen nochmal, oh, this, äh, there, 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 there already, man, and this month, this month, can you give me, so, voll verpixelt, die Scheiße hier, eh, auf jeden Fall, ich hatte gerade so ein Bonbon gegessen, ne, äh, ich hätte den am Anfang essen sollen. Ho. Loll. Oh, nein, ich war doch schon drinne. So, was hab ich auch schon in der Montage? Loll. Äh. Ja. Äh. 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 YOLO. Nicht krepieren. Jo. Okay, er krepiert doch. Stimmt. Äh, äh, äh. Okay. Komische Geräusche. Slash Joe Rider. Ach, das kenn ich. Ui. Genau, und jetzt einfach Gas, 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 Gas. I'm fine, Dan. Na, ich muss mal. Okay. Ah, ich muss mal. Oh, Gott. Oh, not a chance, man. Okay. lol not easy challenge deckt mich so muss ich das verstehen es hat jetzt ein ernst spiel ist geil oh oh geil oh portal alter ich habe so ziemlich eine ahnung was kommt ok trolle lol lolg das ist richtig cool ich kenne das hatte ich ja auch in der montage genau das ist mir auch passiert salto macht es nach so ja okay so spektakulär ja wo hatten wir auch speed class break weil ein ball hatten wir auch in der vollversion das ist mit dem ball das zweite mal dass ich das geschafft habe das hat wir auch schon mal den tisch Oh ne, oh, sowas hasse ich ja. Okay, gewonnen, yeah. Bogo Extreme 5 Main, oh wait. Wow. So, jetzt komm ich. Zerhacke die Gegner. Alter, ach. Hä? Ah, oh, oh. Oh, wie das aussah. Ah, das hat jetzt einen Ernst. Oh, oh. I don't know you wanna ride on me. Man. So, wenn ich einfach hier so hoch springe, ja, dann bin ich tot, ne? Oh, fuck. Oh, das sieht so geil aus. Ich will's einfach genießen. So. Nein. Oh, Entschuldige. Vorher ging ich's Mikro gefasst, ey. Geh da weg. Ja, gut. Oh, ey. Ja, also... Impotent, aber wir lassen uns das natürlich nicht anmerken. Oh, ich will hier schon mal Angst machen. Oh. Oh, Mann, ey. Keim schon. Oh, ey. Jetzt hab ich ne... Ist das jetzt ein Ernst-Spiel? Ja, an Vagina lecken ist jetzt hier nicht die Aufgabe. Oh, Mann. Geh weg. Ich hab dich verschoben. So. So. So, penetriert. So. Wir haben einen Kinderschutz. So richtig hart penetriert haben wir den Mann. Ist das jetzt dein Ernst, du Scheiß-Spiel, ey? Oh, ey. Oh, mein Gott. Lala. Guck. Ich mach einmal Yolo-Style und schon funktioniert das hier. Oh. Kannst du jetzt mal runtergehen. Oh, besser so. Oh, nein. Ja. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. noch denke ich mal escape hatten wir schon ich habe mein leben anspruch ich tut okay echt ein super tolles level ich glaube das zählt nicht okay ich probiere es noch mal mit dem hier ok wir müssen nein ok nein aber der war noch klapper ja gut also ok also ich würde sagen das war es von dieser runde happy wheels wir sehen uns morgen wieder und ich hoffe euch hat das video gefallen lassen leichter lassen kommentarer lassen abo da wenn nötig ja wir sehen uns morgen guckt bei twitter vorbei und noch einen schönen tag tschüss und 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 und